Das Auge des Sturms, ein unkontrollierbarer Wirbelsturm, gigantischen Ausmaßes, der vom wütenden Schmerz Benediktas geboren wurde und von Garudas Willems Zorn am Leben gehalten wird. Okay. Ah, alles klar. Ja, oh Mann. Ich hab den Anfang echt nur ein bisschen falsch interpretiert und hab nicht richtig aufgepasst. Das ist so scheiße. Ja, Zid lebt, aber ich würde sagen, wir sind getrennt. Ohne Torgal? Ach, scheiße. Na, ganz toll. Tschau, Clive. Erwachen. Wo ist der hin? Ah, ja. Ich kann nicht wegen dir garoda. Das ist ja ganz schön riesig geworden, ne? Komm, wir wollen zum Dominos. Da spielen wir nicht mit. Na, komm, hoch mit dir. An der Krippe. Finde den Fehler. Du rufst mich. Warum? Ja, brav. Bist... Was ist das? Also vorher sah es so geiler aus, muss ich jetzt sagen. So was jetzt, fataler Sturz. Größere Gegner kommen in Schwanken, wenn ihre Genevinskraftleiste unter 50% sind. Benutze Gerudas Fatalumarmung, um einen schwankenden Gegner umzuwerfen und ihn für weitere Attacken verwundbar zu machen. Okay. gebrochen das schon mal sehr gut okay ganz schlau ja 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 Das war's für heute. 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 Gar nicht. Das war's für heute. 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 Hier sind mir bald gerade noch. Äzen montieren als in der Ausgang항que. Kann man sich nicht ausdenken. Na komm, hin da. Wieso? Wieso bist du ihm gefolgt? Anna, das kannst du doch nicht gewollt haben, oder? Wieso? 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 Wieso?